Alle reden von Europa und Österreich hat den Vorsitz im Rat der Europäischen Union übernommen. Dass es auch in der Schatzkammer um Europa geht, das wollen wir Ihnen mit einem neu angelegten Rundgang zeigen. Mit zwölf Objekten erzählen wir von Krieg und Frieden, vom Ringen mit einem guten Umgang mit den Nachbarn und vom hohen Wert der Diplomatie, wenn es um den Frieden geht. Informieren Sie sich über die vielfältigen Wurzeln der Idee Europa in der Kaiserlichen Schatzkammer in der Hofburg zu Wien.